Hast du schon gehört? Es ist offiziell, PS Sports wird seine Freundin Luna heiraten. PS Freundin Luna veröffentlichte bei Instagram Bilder und Videos vom Heiratsantrag aus dem gemeinsamen Urlaub in Santorini. Somit ist PS Sports jetzt endgültig vom Markt. Wir wünschen für die Zukunft alles Gute und viel Glück. Für mehr Rap News, check klickboomentertainment.de. Den Link findest du in der Bio.